Hallo und herzlich willkommen zum Function Briefing. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Funktion Fakultät. Lass uns direkt einsteigen. Die Fakultät einer Zahl n wird geschrieben als n mit einem Ausrufezeichen dahinter. Diese Notation meint, dass die Zahl n multipliziert wird mit der Zahl n-1 und noch einmal multipliziert mit der Zahl n-2 und so weiter durchmultipliziert bis hinunter zur Zahl n-2 und zur Zahl n-1. Wollten wir also zum Beispiel die Fakultät der Zahl n-5 berechnen, so schreiben wir 5 Ausrufezeichen, gesprochen 5 Fakultät, und würden das berechnen als 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Um nun die Fakultät einer Zahl in Excel zu berechnen, benötigen wir nichts anderes als die Excel-Funktion Fakultät. Wir wählen uns dazu mal eine Beispielzahl n und nehmen einfach genau die 5, die wir gerade auch im Zahlenbeispiel benutzt haben. Um die Fakultät einer Zahl zu berechnen, benötigen wir nun die Excel-Funktion gleich Fakultät und diese Funktion hat genau einen Parameter, nämlich den Parameter n. Das ist die Zahl, deren Fakultät wir bilden wollen. Wenn wir nun also 5 Fakultät ausrechnen wollen, mit Hilfe der Excel-Funktion Fakultät, dann schreiben wir einfach gleich Fakultät, Klammer auf, und fügen in diese Klammer hier einen Zellbezug auf die Zahl 5 ein, die wir gerade dort in der Zelle C23 eingetragen haben, schließen die Klammer und Excel berechnet uns hier sehr schnell und einfach die Fakultät einer beliebigen Zahl. Das war es schon für das Excel-Funktion Briefing zur Fakultät. Ciao und tschüss.